Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Und wir sind hier im Hotel nach, kann man es anders erwarten bei The Walking Dead, einem Riesenstreit zwischen Kenny und Lily, wenn ich die Namen jetzt nicht vertauscht habe. Ist ja ein ganz raffinierter Junge. Dürfen wir rein? Du bist in der Spur. Im Ernst? Wer? Was hast du für Hinweise? Für real. Oh, what do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Naja, wir können's ja mal versuchen. Was ist da, to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Hmm, er scheint, du konzumierst er was. Ich werd mich umhören, Leute. Okay, ich werd mich umhören, Leute. Fühlt sind das ja auch außenstehende, wenn da Müll ist. Mhm, guter Gedanke. Ein Mysterium. Jesus, Doc. Ich bin sorry. Ähm, ich hörte, dass ihr euch gesprochen habt. Ach, Leute. Du musst all das nicht hören. Kann ich helfen? Was hab ich gerade gesagt? Nein. Du bist der Gries-Detektiv, und ich kann Dick Griesen sein. Du wörtert. Aber sie ist der kleine Junge. Das ist Robin. Ich weiß, wer es ist. Du kannst helfen. Nein, 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 nein. Wenn du es jemandem erzählst, gibt es Ärger. Du kannst helfen. Und wenn du jemandem erzählen kannst, dann wird es nicht mehr Problem. Oh, Chrissy. Hast du gesagt, was ich gesagt habe? Ich will nicht sagen. Die Part, über nicht helfen, kannst du nicht helfen. Ich werde in den Schatten leben. Oh, Mann. Dieses Kind. Ich vertraue dem Kind. Hoffentlich. Sieht so aus, als auch Doug dir trotzdem hilft. Naja, ich denke, da gibt es Schlimmeres. Oh. Was wird das denn jetzt? Habt ihr mit Lilliette gesprochen? Ja. Sie denkt, die Zettel sind weggegangen. Wirklich? Es gibt auch ein paar verbringere Geräte. Ich schaue mich. Danke, dass du das machst. Was ich wollte, war, dass ich viel über dich über dich denken habe. Ich auch über dich. Ich denke über dich auch. Unsere Gruppe ist klein. Du bist klein. Du bist ein verbringter Geräte. Carly. Jesus. Und ich denke, dass die Leute wissen müssen. Nicht weil sie es verdient, und nicht weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Menschen müssen wissen, weil wir hier hier hängen, und ich kann nicht Lillie sprechen über dich, ohne zu denken, dass es das nächste, was sie sagen wird. Du musst nicht alles erzählen, aber denkst, wer du vertraust und die Möglichkeit hast, während du es hast. Na gut. Du hast wahrscheinlich recht. Du bist wahrscheinlich recht. Natürlich, ich bin wahrscheinlich recht. Menschen werden vielleicht verbringert. Und zu sagen, dass es ihnen ein paar Probleme gibt, aber es wird ein weitermachen von dem, was passieren wird, wenn sie es nicht von dir hören hören. Ja. Also, du machst es dann? Ich sage es ihnen. Ich werde Menschen wissen, dass du völlig recht bist. Gut. Ich denke, es ist für das Beste. Ich denke, die Leute sind bereit dafür. Ich denke, die Leute sind bereit, zu hören, über mich zu hören. Es ist nicht ein Problem, ob bereit ist oder nicht. Es wird nie ein gutes Zeitpunkt sein, aber es werden viele schlechte. Ich denke, das wird die erste Liebe hier in The Walking Dead. Zwischen den beiden. Fühlst du dich denn hier sicher? Ich denke, du fühlst dich hier sicher? Schau mir ein Bad mit einem heißen Boden und einem High-Rise-Apartment und gehst mir ein voll-bodied Malbecke und dann fühlst du dich sicher. Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir wissen, dass das alles auf jeden Fall verändern könnte. Weißt du denn etwas über diese Taschenlampe? Du weißt nichts über diese Flaschleine? Es ist verbrannt. Ich weiß, es ist verbrannt. Und die Batterien sind vielleicht zurückgezogen. Es benutzt nur eine. Es sollte alles. Was war die Frage? Hast du die Flaschleine? Nein. Okay. Hast du denn irgendwelche Gedanken wegen Lilly? Hast du irgendwelche Gedanken über Lilly? Ich worryche über sie. Das ist es. Sie versucht, Dinge zu fahren, aber es funktioniert nicht. Ich werde mich in diese Sache schauen. Eine gute Idee. Sehr schön. Hey Clementine. Hey Leap. Was machst du da? Schönes. Was machst du da, Clem? Es ist eine Leaprubbung. Meine Lehrerin, Frau Moore, hat uns gezeigt, wie wir ihn machen, wenn wir zum Botanischen Wald gegangen waren. Siehst du? Es ist das gleiche. Um, um, um. Ah, das ist wirklich etwas. Ich werde einen für dich auch machen. Gefällt es dir denn hier? Du magst es hier? Ich mag es hier nicht. Willst du gehen? Wo sind wir gehen? Somewhere anders. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich dich weiss. Ja, das wäre ein gutes Ding, zu wissen. Ja, ich muss dir was sagen. Ach du Scheiße, wenn es schon so anfängt. Clem, ich brauche dich für einen Moment zu sprechen. Okie dokie. Ich war auf den Weg ins Gefängnis, bevor wir uns hier trafen. Ich bin ein Auto. Am Tag, als du und ich kennengelernt, war ich im Auto. Ich erinnere mich. Du hast lege bläht. Der Auto, in der ich in war, war ein Polis. Und ich war auf meinem Weg zum Betrug für einen Krieg. Ich muss euch jetzt erzählen, weil ich nicht mehr so hören kann. Ich muss es nicht hören. Du hast nichts zu sagen? Ich glaube nicht. Du kannst, äh, zurück nach deinen Fingern. Wir sind ja trotzdem noch mal ein guter Mensch Die ist nicht zufällig in der Taschenlampa kaputt gegangen, oder? Klein Du hast nicht zufällig eine Flashlight, oder? Nein, hat Duck gesagt, ich habe es gemacht? Nein, hat Duck die Flashlight? Ich glaube nicht, er hat mich immer immer verantwortet. Wie was? Ein Bug auf seine Pille? Hat du das gemacht? Ja Ich spreche dir später, Claire Okay Wie geht es? Gut Wir sind hier natürlich immer Drogen, die jetzt abgehalten Und dann sind da diese offenen, am besten auch auf solchen Balkonen, das gibt es in Deutschland glaube ich gar nicht Das ist so richtig typisch amerikanisches Phänomen Hey, ihr zwei. Wie geht's dir? Wir sind okay Nur ein bisschen Spat Wir haben jetzt alle Schäden und ich mag es nicht Es ist der Weg, wie es muss sein Ich weiß, aber ich bin nicht verwendet Ich bin sorry, wie geht's dir, Lee? Kann ich dich über etwas sprechen? Klar Ist alles okay? Keine Sorge, Kenny Ich war auf dem Weg ins Gefängnis vor drei Monaten Ich war auf dem Weg ins Gefängnis vor drei Monaten vor drei Monaten vor Du hast immer mich mit einem Eindruck gemacht. Ich wundere, ob du das noch kannst, wenn du... ...kennst du, dass ich ein Mann verabschied bin. Oh mein Gott, für was? Wie viele Probleme kann eine Lehrerin kommen? Well, viel. Aber es hat nichts zu tun mit dem. Es ist für ein Gebet. Warum? Er und meine Frau... Das ist genug. Es ist genug. Sag mir, was passiert, als du in der Pfanne in der Pfanne gebrochen warst. Ich wurde Larry CPI mit Lilly gegeben. Kenny kam aus keinem her und hat einen Stopp an. Was hat er gemacht? Er hat einen Stein geworfen. Er hat seinen Kopf in. Katcha. Alles ändert sich. Hm. Da hast du recht. Es gibt jetzt eine Krise. Okay, äh... Kenny. Hi, Leute. Äh, Kenny, hast du kurz Zeit? Kenny, du hast einen Moment? Ich muss dir etwas erzählen. Ja? Was hast du? Ja. Wir machen das nur für dich, Larry. Soll ich sitze? Komm schon. Das wenigstens immer noch so ein bisschen Humor. Aber ich finde, das Indirekt ist immer besser. Ich war, äh... auf meinem Weg nach der Prisone drei Monate vor. Keine Scheiße. Keine Scheiße. Es war nicht für Kinder, war es? Nein, es war nicht. Weil wir zwei hier haben. Hier. Ich habe einen Mann in einer Krieg. Wollte ich mich überrascht, ob es noch in deinem Vergangenheit gibt, was rauskommt? Nein, du brauchst nicht. Nein. Gut. Aber du solltest es wissen. Wenn wir Zahlen machen müssen, wenn es zu ein Boot geht, das wird es wichtig. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass du mit Lilly bist. Ich bin mir sicher, dass ich nicht mit ihr schlusschulfen will. Ja, wir können uns nicht mehr aufhören, als wir es haben. Gut, äh, wisst ihr was war? Das war auch eine Taschenlampe. Wissen Sie euch etwas über dieses brokenen Flashlight? F***, wir haben nicht viele davon. Ja, das ist ein Problem. Das Glas und das Blut sind alle zerbrochen. Ich sah etwas brokenes Glas, über die Eismachie. Ich dachte, es zu schlafen, bevor die Kinder sich selbst aufhören. Ich habe es vergessen. Hm, sehr gut. Wegen der Pistole, heißt das doch, oder? Was? Was? Ich wollte nur sagen, Kat, es ist wahrscheinlich gut, dass sie dich unkommenswert machen. Danke, Lee. Aber wir brauchen sie. Es gibt keine Werte über das. Du musst dich mehr mit Lilly bemühen. Du musst dich besser versuchen, mit Lilly. Ihr Leute müssen uns aufhören. Ich weiß nicht, wie aufhören wir es können, weil es alles passiert ist. Also was dann? Zeit wird kommen, dass wir das Beste für unsere Familien tun müssen. Und das ist was wir tun. Ich spreche mit dir später. So, das haben wir also auch geklärt. Da ist ne... Ben... Ben... Nein, Ben doch nicht. Hey, Ben. Was ist denn, Lee? Hm... Schön öfters in Macon gewesen. Ja, okay. Ja, okay. Ich war glücklich. Naja... Ich wollte mir nicht sagen, dass sie schützlisch sind oder was... Es ist sehr schön. Ich meine, nicht jetzt. Aber ich hoffe, dass es ist. Ist... Na ja... Ist jetzt so schlimm, ich muss dir was sagen. Hey Ben, ich muss dir was sagen. Surely... Ist das bei meiner Seite? Ich versuche eine gute Arbeit. Du bist okay. Äh, ich war auf dem Weg ins Gefängnis von dem hier. Oh, bitte was? Ah, ich da, also. Äh, irgendwas ungewöhnliches bemerkt während deiner Woche. Habt ihr irgendwas weirgend gesehen auf dem Watch? Ist es jemand da draußen, auf dem nichts? Nein, wirklich kürzlich. Wirklich? Ja, total. Das ist gut. Ein Flashlight war gebrochen. War es du? Nein. Du bist nicht in Ordnung, wenn es es war. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom. Broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay then. Äh, was denkst du über Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt jemand war. Es klingt, dass Kenny eigentlich das Ding läuft. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Ich kann es mir echt nicht glauben, dass es irgendjemand war. Ich bin da einfach zu gutmütig in den Gedanken. Okay, wir gucken jetzt die Glassplitter an. Sehr gut gemerkt. Könnte das passen? Das könnte passen. Oh nein. Es kann nicht gut sein, dass wir hier sind. Hm. Chuck? A clue? A clue? Maybe. What do you think it is? I thought I told you you couldn't help. I'm curious. It won't say. Maybe it's a sign? Could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Ich feier das grad Definitiv wehr Nachkreide Ah, ja. Clementine liebt es, mit ihm zu drehen Ja, natürlich. Ich spreche mit ihr Ja, das werden wir machen Ähm, 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 können wir die anderen noch sehen? Kreide ausfragen, obwohl die uns bestimmt alle dasselbe sagen werden Hey, Ben, ich brauche ein Stück Schaak. Du weißt, wo ich einen kann? Warum würde ich einen? Just asking around Well, I don't play with that stuff I've got my, well, my thoughts And I've been reading the bible I found in my room That's what it's there for Ja, ja, da hast du da recht Oh mein Gott Das Kind, diese Tütsung, weil das wäre ich das beste Clementine Hey Clementine Hey Lee Hast du, äh, du hast einen Pink Chalk? Nein Es ist irgendwo weg Hm Hm Du willst Blu? Nein, nein, das ist okay Psst Lee Ich habe etwas gefunden Was ist das? Ich habe einen Pink Chalk gefunden, und eine Schlauch von der Garten Really? Total Ich habe ihn gesehen, und Ja, Duck, ich habe ihn. Good job Ah, da, okay Cool Ich mag den Ich mag den Der ist Twill Achja Ich muss erstmal einen Cut machen Bis zur nächsten Folge würde ich dann sagen Und tschüss Das ist eine Übung Tob Ich